Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Kelvin. Oh, die gute alte Legria-Vlog-Zeit. Ja, ich schiebe mal wieder einen zwischenreinen Vlog und will euch jetzt erstmal erklären, worum es geht. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr weiterschauen wollt. Es geht jetzt gleich für mich nach Hamburg. Und zwar findet in Hamburg ein viertägiges Seminar statt von Hermann Scherer. Das ist eine Ausbildung zum Speaker. Ein sehr hochpreisiges Seminar, also sein Goldprogramm. Und ich bin echt froh, dabei zu sein, denn ich bin nicht nur als Teilnehmer dabei, sondern auch als Gastredner. Und ich sitze wahrscheinlich sogar in der Jury vom Speaker Slam. Ich bin echt so gespannt, was mich da erwartet, weil ich selbst noch nicht auf so einem krassen Programm war. Aber ich weiß noch nicht, wie viel ich mitfilmen werde, darf, kann. Aber normalerweise dürfte sich kein Teilnehmer daran stören, denn alle wollen ja raus. Alle gehen ja vor die Kamera. Alle wollen ja irgendwie Speaker werden und so weiter. Und aus dem Grund werde ich mal versuchen, etwas mutiger zu sein. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Viel Spaß. So, hier ist der Daniel, der mitgeht. Und ich habe das Buch jetzt endlich geschenkt bekommen. Ich freue mich, es zu lesen. Ich wollte eigentlich sagen, du bist ja jetzt die Zukunft der Top Speaker. Also so sieht die Zukunft der Top Speaker aus. Jogginghose, Bomberjacke und eine seriöse Mütze. Daniel ist ehemaliger Fußballprofi. Vielleicht habt ihr ihn schon bei FIFA gespielt. Da stand er im Tor. Genau. Bei Graz, ne? Bei Graz 69, aber ganz hohes Entwicklungspotenzial. Level 69 nur. Ne, wenn ihr FIFA habt, spielt mal mit ihm. Torhüter Graz. Guckt mal. Leute, was ist das denn? Ich habe gedacht, das ist mein Buch. Das ist schon ein sehr ähnliches Cover. Oh, erste Klasse Hollywood. Es läuft bei Ihnen. Leute, ich habe mir gerade zwei Wasserflaschen geholt in so einer Tüte. Und mir war es unangenehm, so ins Hotel reinzugehen. Und er so, komm, ich nehme es. Ich sehe eh aus wie ein Penner. Aber morgen sieht er viel geiler aus wie ich. 100%. Er ist die ganze Zeit mit dem Anzug hier rumgelaufen in der Hand. Das ist so geil. Komm, wir gehen rein. Let's go. Wer von euch erinnert sich an das YouTube-Video, wo mein Team gefragt wurde, was ich jeden Tag so im Kühlschrank habe? Ich zeige euch jetzt mal meinen Hotelkühlschrank. Achtung. Geflügel... Geflügel-Motadella, Mandelmilch, Eiweißbrot. Einen schönen guten Morgen, Freunde. Es ist jetzt 11.23 Uhr. Ja, ich habe gut ausgeschlafen, habe nochmal meinen Vortrag, bin nochmal durchgegangen und bin jetzt im Prinzip top vorbereitet. Habe noch ein bisschen recherchiert, wer alles da sein wird von meinen ganzen Kollegen. Und in einer halben Stunde geht es dann mal runter. Da ist dann Einlass. Um 13 Uhr geht es dann langsam los. Und ich bin echt gespannt und freue mich mega auf die nächsten Tage. Und ich nehme euch weiterhin mit. Tja, Freunde, wie so oft war ich wieder als einer der Ersten überhaupt an der Location. Das mache ich aber immer. Ich will immer so ein bisschen Atmosphäre schnuppern, nochmal schauen, die Technik, wie sind die Räumlichkeiten, wie ist das Licht, wie ist der Ton, die Präsentation rübergezogen. Und ich finde es einfach enorm wichtig. Und das ist es auch wert, mal früher anzureisen, früher zu kommen. Also das ist die Kulisse. Und da vorne werde ich später sprechen. Juhu. So, Leute, ich war hier gerade beim Essen, hat mich Benjamin angesprochen, der auch Fotograf ist und sich jetzt eine fette Kamera geholt hat und deswegen nebenbei noch shoppen geht. Das ist eine geile Einstellung, weißt du, wenn du für dein Zeug richtig schuftest. Und er hat jetzt gefragt, ob ich mir seine Bilder anschaue. Und ich habe gesagt, du kommst in meinen Vlog, ich schaue mir jetzt seine Bilder an und gebe ihm Feedback. Geiler Deal, oder? Benjamin. So, Freunde, jetzt haben wir inzwischen schon 22.12 Uhr und die machen nur mal eine kurze Pause, bevor es dann eine Live-Schaltung nach Kanada gibt. 22.12 Uhr. Also, die Veranstaltung ist mega geil und es sind ja noch viele Tage, aber ich gehe jetzt pennen. Das ist schon, ich brauche einfach meinen Schlaf, weil morgen geht es ja auch nochmal so lang und übermorgen und überübermorgen auch nochmal. Ja, meinen Vortrag fand ich gut, hat unheimlich viel Spaß gemacht, ganz oft Zwischenapplaus. Aber wie gesagt, jetzt geht es per 22.12 Uhr, ich bin schon über meiner Zeit. So, Freunde, schaut mal, ich bin hier mit... Janis McLevel. Janis, sagt mir nochmal einer, es gibt Ausreden, es ist zu weit oder sonst irgendwas. Janis, du hast deinen Platz vorne in der ersten Reihe, ne? Absolut, ja. Das hat mir sehr gefallen. Sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Nein, wir sind gerade mal bei Tag 1. Wir sind gerade mal bei Tag 1, aber man kann noch sehr viel mitnehmen, obwohl ich schon eine Weile jetzt unterwegs bin als Speaker, aber trotzdem sind doch das eine oder andere... Was ist dein Thema? Das ist total cool. Dein bestes Leben ist mein Thema. Geil. Also, wie wir aus unserem Leben unser bestes Leben machen. Und beziehst du dein Leben quasi mit einer Story voll mit ein? Natürlich, ich beziehe meine Story voll mit ein, klar. Das macht ja Sinn, die Erfahrung da entsprechend einzurden. Danke dafür. Danke. Leute, schaut mal, wir sind hier an einer Mega-Selfie-Machine. Mach das mal, wie geht das? Warte. Alter, ich mach das jetzt zu. Ach, du hast ein GIF gemacht. Foto müssen wir machen. So, jetzt. Warte, warte, warte. Ah. Es war schon wieder ein GIF. Wieder ein GIF. Das gibt es doch nicht. Den kann das nicht. So, Freunde, ich zeige euch jetzt mal die rechte und die linke Hand von Hermann Scherer. Ein Mann mit Wiedererkennungswert. Hallo, ich grüße euch. Hast du gut geschlafen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bei solchen Seminaren ja immer relativ kurz, aber dennoch tief und fest. Wie machst du dir morgens die Haare? Dauert ziemlich einfach und ich lege immer meinen Block weg. Das geht eigentlich, müssen wir es so hin nach dem Duschen. So, dann warst du es eigentlich schon. Geil. Geiler GIF. So, da ist er mein Freund. Guten Morgen in the morning. Bist du fit? Ich bin fit, ich bin ready. I am born ready. Oh. So, hallo, ich wollte dich interviewen. Ich bin ja Calvin. So, jetzt darfst du mal vor die Kamera hier. Oh nein. Oh nein, du bist eigentlich immer hinter der Kamera. Ich bin ja auch hier, Foto-Affin, was filmt ihr hier so? Oh, Top Secret, alles. Oh, so Freunde. So, Freunde, jetzt beantworte ich hier was. Mal gucken. Ich weiß noch gerade Bescheid. So, da ist der erste Tag. Ne, der zweite Tag auch schon fast rum. Eine Teilnehmerin, die hier noch nachbereitet. Sehr vorbildlich, die Dame. Und hier noch der Rest der Gang. Wir haben uns jetzt Pizza bestellt, weil da hinten im Hotel alles voll ist. Und heute Abend ist Ugly Night. Und das klingt jetzt ein bisschen uncool. Aber da ich morgen auch noch den Speaker Slam habe und in der Jury sitze und da auch wieder spät wird, werde ich heute mal nicht dabei sein. Weil Ugly Night, das ist nicht so ganz mein... Und ja, gehe ich heute früh ins Bett. Aber erst mal eine Pizza. Cheat Day. Einen schönen guten Morgen, Freunde. Tag 3. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon anstrengend. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, hier geblieben, um das alles selbst auch mitnehmen zu können. Und habe das schon lange nicht mehr mitgemacht. So von morgens 9 Uhr bis 22 Uhr Input, Input, Input. Ich bin ja immer nur Output gewohnt. Aber ich habe so viel mitgenommen schon. Also das ist sehr, sehr inspirierend. Und Hermann Scherer gehört für mich definitiv zur absoluten Benchmark. Also es gibt so viele Speaker da draußen, auf deren Seminare man geht, die alle bei Hermann Scherer waren. Und deswegen lerne ich gerne direkt von der Quelle. Was viele vielleicht auch nicht wussten, dass er bei Dale Carnegie Trainer war. Dale Carnegie ist natürlich auch ein Name, den man so kennt. Ja, mein Workflow ist völliger am Arsch. Also mein Tagesablauf, ich freue mich da auch wieder auf zu Hause, dass ich da wieder einen Rhythmus drin habe. Ich merke gerade, wie der mir fehlt. Ja, und heute, Tag 3, werde ich definitiv nicht vor Mitternacht ins Bett kommen. Denn heute Abend ist ein Speaker Slam. Ein Speaker Slam bedeutet, ich glaube, 60 Teilnehmer werden 5 Minuten lang präsentieren vor einer Jury. Da sind Redneragenturen, Fernsehen und was weiß ich alles dabei. Ich bin auch dabei in der Jury und bin sehr, sehr gespannt. Und es wird bis Mitternacht gehen und ich werde euch weiterhin Einblicke liefern. Aber das ist so jetzt gerade Stand der Ding. Und jetzt gehe ich erst mal frühstücken. Ich könnte mich gerade echt ohrfeigen. Seit drei Tagen nutze ich den Aufzug. Da sitzt du den ganzen Tag nur rum und die einzige Chance, mal Bewegung zu bekommen, die nutzt du nicht. Und dabei bist du gerade mal im dritten Stock. Ich könnte kotzen ohne Witz. Also Leute, Treppe nehmen ist wirklich der einfachste Sport, den man machen kann. Jetzt erst, Alter, fällt mir das ein an, Tag 3. So, Tag 3. Du bist immer noch unter den Lebenden. Ich lebe noch, ja. Heute Abend Speaker Slam, ne? Heute Abend ist es soweit. Ich freue mich, wird Zeit, dass wir mal loslegen können, ne? Ja, ich sitze in der Jury, ne? Was machst du jetzt für mich? Ja, das haben wir schon geregelt. Kinderriegel, Kinderriegel, Käsekuchen. Die lilanen Scheinen fließen in den Hintergrund, lernen wir schon mal. Lila. Sag nochmal rein, was du gerade sagen wolltest. Sag nochmal. Höhe, Höhepunkt von Kelvin Hollywood in der gesamten Veranstaltung meines Goldkurses. Dieses Treffen hier in diesem Moment mit... Franz Schock. Franz Schock. Ja, das war mein Highlight heute. So, Freunde. Hier sind die Awards. Entschuldigen Sie, können Sie gerade mal ein Bild von mir machen? So, vom Award? Ja, natürlich. Und einmal lächeln. Und der Winner ist... Alter, ich hab mein Bild. Bin im Award. Hab ein. So einfach. So, Leute, ich bin kurz im Hotelzimmer. Alter, ich bin den Stress gar nicht gewohnt, den ganzen Tag was zu tun zu haben. 20 Minuten Pause. Dann geht's in die Jury vom Speaker Slam. Ich hab natürlich meinen eigenen Shaker dabei. Proviant-Nahrung, weil einfach keine Zeit ist zu fressen. Das ist unglaublich. Also dieser positive Stress, das ist was ganz Ungewohntes. So, der Seminarraum wurde jetzt relativ fix umgestaltet. Schaut mal, hier ist jetzt dann so die Jury. Da vorne wird alles aufgebaut, Kamerateams, rasend fix. Also, ich bin echt froh, dass ich auf der Seite sitze. Das ist schon Druck, was da jetzt aufgebaut wird. Mal gespannt hier. So, Freunde, ich fang jetzt einfach mal ein paar Stimmen ein. Wie ist die Nervosität? Bei mir und Frau Steilber oben. Also, ganz weit oben. Du machst doch jetzt was hier, ne? Nein, nein. Ich bin genau wie du. Ich sitze neben dir. Ah, jetzt in der Jury. Übrigens, Leute, ist der Hammer, ja? Er ist auch Fotograf. Also, ich ja nicht mehr so extrem. Hat eine Agentur in L.A. jetzt. Sag mal ein paar Namen, für wen du fotografiert hast. Oh, wow, das ist Gio Giovanni, L'Oreal, Maybelline, Estée Lauder, Mac, Chanel, Fiddy Vogue. Der ist so brutal. Und dann sagt er mir vorhin plötzlich, dass er mit meinem Zeug gelernt hat und es eingesetzt hat. Weißt du, da ist ein krasserer Fotograf wie ich. Ich wäre gern so krass wie er. Der ist viel krasser. Nein, ich bin einfach nur ein Coach. Du bist ein Fotograf. So, die Jury hat sich entschieden mit nach, also es war ein Kampf, ne? Also wir haben uns geprügelt und, ja. Oh, 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 oh. Wir haben abgeschließen, bevor wir zur Sieger-Ehrung kommen. Oh, wir haben abgestimmt. Wir haben abgestimmt. Ich glaube, letztendlich... So, die Gewinner sind gekürt, verdient. Ich hoffe, heute vier Tage sind vorbei. Das war der Hammer. So, wir sind jetzt auch schon wieder auf dem Heimweg. Hier mein Bodyguard. Hitman. Hitman. Es ist alles sehr laut hier. Jetzt werde ich auch immer empfindlicher für das Ganze. Jetzt freue ich mich echt auf zu Hause, auf die Ruhe. Warte mal, da ist ein Foodcore. Da können wir reingehen. So, Freunde. Bevor ich jetzt den Vlog beende, habe ich vielleicht noch ein paar Gedanken für euch. Und zwar werde ich immer wieder mal gefragt, wie ich das mache, wenn ich so lange von der Familie weg bin und so weiter. Ist es nicht ein bisschen heftig? Also ein paar Gedanken dazu. Zuerst einmal, meine Frau hat mich so kennengelernt. Als ich beim Militär noch war, war es so, da war ich noch häufiger weg. Und jetzt gerade so die letzten Monate und vielleicht auch die letzten ein, zwei Jahre bin ich gar nicht mehr so oft unterwegs. Aber, und jetzt kommt es, wenn ich unterwegs bin, dann bin ich 100% unterwegs. Das bedeutet, ich mache das jetzt nicht so, wie es viele machen, wenn sie weg sind von der Familie, dass die abends FaceTime machen mit ihren Kindern, quatschen, Skype und so weiter. Das ist auch mit meiner Frau mehr oder weniger so abgesprochen oder wir wissen das. Wenn ich unterwegs bin, dann gibt es abends mal vielleicht mal ganz kurz auf WhatsApp, gute Nacht, bis morgen, vermiss dich, aber mehr auch nicht. Das heißt, ich kann das nicht. Wenn ich jetzt abends FaceTime machen würde, dann würde ich heimwollen, hätte ich keinen Bock mehr. Dann würde mir meine Familie voll fehlen. Und wenn ich unterwegs bin, dann stürze ich mich halt voll rein so, so in die Arbeit, voller Fokus und so weiter. Das muss man können oder das will nicht jeder so machen, aber ich mache das eben so. Das ist das Erste, was ich mache, damit es mir nicht so schwerfällt, wenn ich von der Familie weg bin. So wie jetzt, ich labere jetzt wieder über meine Familie und jetzt denke ich einfach nachher, ich will heim, weil ich halt bei meinem Kopf, bei der Familie ist. Aber das versuche ich halt komplett, wenn ich unterwegs bin, mich voll in die Arbeit zu stürzen. Meine Frau weiß auch Bescheid und so weiter. Und dann, jedes Mal, wenn ich gehe, also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich bin jetzt vier Tage weg, dann sage ich nicht bis in einer Woche, sondern ich gehe so, wie wenn ich gleich wieder zurückkommen würde. Also ich sage immer bis gleich. Auch wenn ich eine Woche weg bin, sage ich zu meiner Familie, also bis später. Um mehr reinzuballern, ist doch gar nicht lange. Das ist auch noch etwas, was ich tue. Ja, jetzt war ich vier, fünf Tage unterwegs und jetzt auf dem Heimweg, wenn so die Ruhe reinkommt, denke ich, oh Mann, ich will nur noch heim. Und dann so, zu Hause, kurz bevor es die Wohnung reingeht, das kennt ihr ja, wie wenn ihr so einen scheiß Vergleich, wenn ihr aufs Klo müsst und je knapper es wird, umso heftiger, aber ihr wisst schon. Okay. So Freunde, ich packe jetzt die Kamera weg. Ich hoffe, es waren genügend Einblicke dabei. Ich habe jetzt noch ein Interview mit Jannis gemacht. Das war der im Rollstuhl ohne Arm und ohne Beine. Ich habe da mal mutig nachgefragt, ob er mal Bock hätte, wirklich tiefgründig darüber zu quatschen, wie sein Leben ist und so weiter. Und er hat dazu gesagt, dieses Interview habe ich euch mitgebracht, es kommt bald hier auf den Kanal. Und ansonsten, wie gesagt, war das der Einblick in diese Weiterbildung bei Hermann Scherer. An der Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an Hermann Scherer und ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert gerne was unter dieses Video, ich freue mich drüber und dann sehen wir uns bald wieder. In diesem Sinne, bis dann.